viele kennen ihn so wie er jetzt ist viermal die woche in osnabrück auf den märkten schicker neuer stand viele leute ganze hat natürlich irgendwo mal mitte der 80er jahre viel kleiner angefangen selbst gezimmerten stand und es hat auf jeden fall aber trotzdem viel spaß gemacht was ich gut finde das ist dass ich wirklich im laufe der jahre so viele leute kenne das macht spaß die zu bedienen das macht spaß mit den witze zu machen netter kaffee von linde und die sache läuft ich komme hier super gern her um mal so ein bisschen zu quatschen um mal was neues auszutauschen und ich bin ein fan vor allem von den eigenen produkten also von den sachen die ihr selbst anbaut und ihr habt halt einiges an guter ware die ihr einkauft weil ich einfach für mich erkannt habe dass ich gerne mit den menschen rede die hier ihre verkaufsstände haben und möchte gern wissen woher das obst und das gemüse kommt die qualität ist toll die auswahl man sieht alles man kann aussuchen und man hat die persönlichen kontakte die gespräche ist einfach einfach schön was auf dem wochenmarkt einfach toll ist dass das so ein buntes publikum ist und dass die leute bei uns einkaufen eigentlich in der regel alle total gut drauf sind gut gelaunt dass die arbeit macht spaß ich arbeite gerne mit dem gemüse und ich habe viel neues erfahren bin mit vielen neuen gemüsesorten in kontakt gekommen und obst sorten und ja es ist einfach schön hier zu arbeiten